Musik Guten Morgen. Guten Morgen. Was darf es denn sein? Ein Dinkelbrot, bitte. Haben Sie sonst noch irgendeinen Wunsch? Jede Menge. Aber die können Sie mir sicher nicht erfüllen. Ich kann es ja mal versuchen. Wir würden gerne mal wieder ins Theater gehen. Und ich würde gerne den Markus an der Kunstschule besuchen. Das wäre vielleicht toll. Aber da habe ich was für Sie. Bitte. Oh. Hallo. Wir hätten gerne Theaterkarten für das Geschenk des weißen Pferdes. Sehr gerne. Zwei Euro macht das dann. Kultur ist kein Luxus. Kultur ist Lebensmittel. Rund 22.000 Osnabrückerinnen und Osnabrücker leben an der Armutsgrenze. Viele von ihnen beziehen Sozialhilfeleistungen, mit denen eine angemessene Teilhabe an Kultur nicht möglich ist. Die Kuckuck, die Kunst- und Kulturunterstützungskarte, gibt Ihnen ein Stück Menschenwürde zurück. Mit dem bunten Ausweis können Sie für ein Euro Veranstaltung besuchen. Theater und Kabarett, Konzerte mit Musik aus allen Zeiten und Stilrichtungen, Lesungen, Vorträge, Stadtführungen, Ausstellungen und Filme. Wenn Sie eine Marina Abramovich-Performance sehen, Sie engagieren Sie mit der physischen Präsent. Und Sie können sogar selbst aktiv werden. In Tanzstunden, Musikensembles oder Malkursen kommt der menschenverbindende Aspekt von Kultur besonders zum Tragen. Aber wer genau kann eine Kuckuck erhalten und wo bekommt man sie? Die Kunst- und Kulturunterstützungskarte ist für Menschen gedacht, die zum Beispiel Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung zum Lebensunterhalt beziehen. Einen Osnabrück-Pass besitzen, Kinderzuschlag oder Wohngeld bekommen. Mit Ihrem Nachweis gehen Sie zum Büro des Vereins Kultur für alle Osnabrück und bekommen dort die Kuckuck, mit der Sie dann Kulturveranstaltungen besuchen oder selbst kulturaktiv werden können. Übrigens, gemeinsam mit anderen macht das noch mehr Freude. Untertitelung des ZDF für alle Osnabrück-Präsidentin.